Das wahre Leben ist... Mami sitzt im Auto. Achtung! Aber der Papi kann noch helfen, er ist super stark. Er war super stark. Jetzt ist er ganz alt und hat nicht mal mehr Geld für neue Schuhe. Das wahre Leben ist eine gute Lebensversicherung bei Tod oder Invalidität und zur Sicherung des Ruhestands.